Also, was sagtest du, mein Liebling? Ach, sie sagte nur, dass sie eine fette, alberne, aufgeblasene Tante sind. Ah, mit ihm auf! Komm, Papst! Ich verfehle es! Vorwärts, 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 laufe wie Geschwind. Einer muss verlieren, wenn der andere gewinnt. Vorwärts, 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 halte sie beim Schock. Sonst haben unsere Königin noch alles ab den Kopf. Ein Moment! Du kannst doch nicht weggehen, ohne eine Tappe Tee zu trinken. Nein, ich habe keine Zeit dazu. Ja, verstehe darauf, du musst eine Tasse Tee mit uns trinken. Auf mit ihm auf! Du meister Rauke, was soll ich tun? Was willst du? Da ist sie, lass mich jetzt kommen. Auf mit ihm auf! Oh, siehst du denn nicht geschlossen? Die Königin, du musst mich rauslassen! Aber du bist ja schon raus. Was? Ja, guck doch mal, da! Mein Gott, das bin ich ja! Ich schlafe. Lass sie nicht in den Kopf! Ab mit ihm auf! Alice, wach auf! Es ist höchste Zeit! Ab mit ihm auf! Alice! Alice! Alice, wach auf! Alice! 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 Willst du mich endlich aufwachen und deine Lektion wiederholen?